Der umtreibige Kuckuck Der umtreibige Kuckuck geht dieses Jahr an Thailand Paschlangic, auch unsere IT-Geheimwaffe, die im Hintergrund ganz viel Energie aufwendet, um der Kultur zu dieser Plattform zu helfen, die sie braucht. Gibt es Menschen wie der Thai nicht, gibt es wahrscheinlich auch die goldige Federn nicht und auch die Homepages von Spana und Tourclubs, Sog Süd- oder das FCW-Tippspiel, hätten Mühe. Jemand, der einfach stehen und liegen lässt und einfach mal kurz eine Corona-App produziert und sonst auch einfach alles macht, ist unverzichtbar. Danke viel, viel Mal. Thay. Merci mal. Ich kann mich immer anschauen, wie ich am Arbeiten bin, sondern für das Kuckuckuck. Das ist ja nicht vergessen. Ja, danke viel, viel Mal für alles, was du machst. Sehr gerne. Wenn man so gelesen hat, was wir für Meldungen über dich bekommen haben, dann ist die Liebe so ein bisschen aus den Zielen rausgetropft und Dankbarkeit von dem her. Danke. Sehr gerne. Danke auch für die Liebe. Ich spüre dich auch sehr stark, schon die ganze Zeit. Und es ist eben so ein schönes, ich mache es mit Liebe und es kommt so viel Liebe zurück. Und es schaukelt sich so hoch. Und es ist sehr schön, so zu arbeiten. You're gonna make me cry. Bye.